In Folge 19 von GamePlus zeigen wir euch erneut spannende Spiele-Clips. Das wird supercool, da freut ihr euch. Außerdem berichten wir von den Neuigkeiten im Telespielbereich. Just for you. Ach, und wir reden mit Moritz Bleibtreu über Spiele-Synko. Alter, wie bitte? Moritz fucking Bleibtreu? Die Jakobskrönung unter den Schauspielern? Matz ab, ihr Idioten. Hey, hey, Moritz, ich bin auch schon viel laut. Und Sprecher bin ich auch, ich, äh, 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 meine, meine Wege. Moin, moin und hallo. Guten Tag, herzlich willkommen. Zu GamePlus. Mit dem Booty und mir im Frühjahr, gell? Herzlich willkommen. Ich freue mich. Es ist schön, du bist offiziell als Ensemble-Mitglied verpflichtet worden. Aufgenommen würde ich behaupten, dass du gefragt hättest, aber so ist es realistischer. Wir haben gesagt, Booty, die Quote ist durch die Decke gegangen. Die Leute haben uns die Videos aus der Hand gerissen wie warme Semmeln. Stimmt überhaupt nicht. Die haben geklickt, als wäre es morgen verboten. Stimmt überhaupt nicht, ich habe mir alle Kommentare durchgelesen. Das ist alles nicht wahr. Die Leute mögen dich, Booty, und die Leute mögen diese Kombination, denn das erinnert sie an die Vergangenheit, als sie noch jung waren, als sie noch nicht verheiratet waren, noch keine drei Kinder hatten und nur ein Spiel im Monat sich leisten konnten. Hör auf, ich gehe gleich wieder, ich weine gleich. Was glaubst du, warum Pokémon so gut funktioniert? Exakt, so ist es. Das ist es, Nostalgie ist der Neue. Herzlich willkommen zu Nostalgie Plus. Zu Nostalgie Plus, eine gute Idee. Ja, ne? Kein Witz. Hat mir aber schon längst aufgeschrieben, du erinnerst dich. Wir wollten das machen. Ne, habe ich alles vergessen. Ja, wir haben heute wirklich fette Themen. Ich kann nur, ich will es auch direkt als erstes sagen, wir haben Moritz Bleibtreu als Gast. Ja, exakt das. Ich wollte klatschen, aber ich habe mich nicht mehr getraut. Ja, klatschen ist mehr so, das ist mehr so, das ist wirklich toll. Der Gude, der Moritz Bleibtreu kommt rum, die Urban Legend besagt, Ian hat ihn mal auf dem Flughafen getroffen und einfach ihn angesprochen, weil Ian sowas kann und macht. Und der meinte damals auch schon Game One, das kennt er, findet er ganz cool, hat er gesagt. Moin, moin, hallo, hier ist Moritz Bleibtreu, Game One, bleib dran. Ey, das werde ich ihm auch nochmal sagen, weil, genau wie du gesagt hast, dein Bruder war doch, 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 dein Bruder war ja auf dem Flughafen und er hat ja eine Kamera dabei gehabt und er hat die Kamera so ganz schlecht so dezent irgendwo auf die Alter, da haben wir uns noch abgefuckt, da haben wir uns noch abgefuckt von wegen, Alter, das ist Moritz Bleibtreu, der traf das doch, du kannst ihn doch nicht geheim filmen, du Arsch. Und das Dumme ist auch, man sieht, wie Moritz Bleibtreu in die Kamera guckt, weil er total merkt, dass sein Bruder ihn gerade für sich illegal zu filmen ist, aber er hat mitgemacht, er hat ihn nicht auffliegen lassen, der wurde nicht sauer, sondern er hat stattdessen einfach gesagt, ey, kenn ich, find ich cool. Und das hat uns, glaube ich, für mindestens ein Jahr motiviert. Auf jeden Fall, nicht sogar länger. Das war wirklich so richtig lange, so ein Zündi, so ein Superzündi, wie in Zurück in die Zukunft 3, einfach so ein Ding, wo du so, boah, und der ganze Kahn fährt erstmal in dreifacher Geschwindigkeit. Ja, hat uns ja in gewisser Art und Weise auch in die Zukunft katapultiert. Bis zu diesem Punkt, der ist am Start. Wie krass ist das denn? Aufgrund von, ähm, das kost 3, was auch ein geiles Spiel ist, aber das ist in dem Fall nebensächlich, meiner Ansicht nach. Das ist absurd, Moritz Bleibtreu, also wir werden wahrscheinlich über Lamboc reden, Doch, natürlich, natürlich werden wir über Lamboc reden. Er hat selber getwittert, Lamboc 2, was geht denn? Haltet ihr Bock auf Lamboc 2? Nee. Nee, ach nee, bitte zu was. Er hat ja bei Battlefield auch schon Synchrostimme gemacht. Er hat eine Menge Synchro gemacht. Der fängt jetzt eben, er fängt jetzt, äh, also regelmäßiger wird er eben für Spiele-Synchronisationen angefragt. Das ist so viel einfacher. Ja, gehst du irgendwie, gehst du von der Arbeit um Mittag los, äh, von zu Hause um Mittag los, gehst zum Synchrostudio, holst dir noch einen Kaffee Latte, machst deine 20 Sätze in einer Stunde, wenn du gut bist, und dann gehst du halt nach Hause. Ja. Und auf dem Weg holst du dir noch einen Check-up. Ja. Stimmt. Und lachst die ganze Zeit wie im Spiel, vorher auch. Ha, 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 Wir sind übrigens auch zu haben für Synchros, jede Art. Ja. Können wir mal ein paar Kostproben machen. Äh, 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 der Knopf, er darf den Knopf nicht drücken. Ich bin dagegen. Ja, ich bin, allein daraus könnt ihr euch, wir werden euch nicht mehr geben, sonst könnt ihr euch ein eigenes Spiel draus bauen, ja, wir wollen schon, äh. Aber das Spiel würde ich gerne sehen, was nur aus diesen Versatzstücken gebaut wird. Der Knopf und, äh, äh. Okay, Budi, ich weiß. Wie schnell das geht, ey. Wir müssen, ja, wir haben heute schon wieder zu viel Redebedarf, aber wir müssen durchkommen und ich weiß, dass das nächste Thema ein Thema ist, wo wir lange drüber reden werden. Und zwar ist die Frage ja immer, was hast du zuletzt gespielt? Bei dir weiß ich's. Ja. Und ich hab gestern zusätzlich Rocket Beans geguckt. Erstens das und zweitens, ich hab dich, ich hab auch unmittelbar danach versucht, dich anzurufen und ich musste sofort mit dir drüber reden, weil du hast mir ja netterweise auch Links geschickt zu The Beginner's Guide. Also, Infogramm. Genau, Infogramm, den man eigentlich danach erst lesen sollte. Du hast mir ja genau die Einteilung gegeben, von wegen hier schon mal ein echt wichtiger Text, den kannst du da vorlesen und diese zwei Links bitte erst danach. So, und, ähm, ähm, es war klar, dass dieser Titel ein interessanter für uns wird. Von Davy Reardon, der vorher The Stand and Parable gemacht hat, lange Zeit, also nach dem Standalone kam ja erstmal nix von ihm. Der wurde weltweit gefeiert, hat die ganze Zeit Game of the Year Preise noch und nöcher gekriegt, ist durch das Feuilleton durchgegangen. Und, äh, genau das Gleiche passiert, genau das Gleiche passiert theoretisch jetzt auch. Das Absurde ist, und das ist eigentlich das, womit ich anfange, ähm, bevor wir auf das Spiel eingehen, ja, ich weiß nicht, ob man über das Spiel reden sollte. Weil, weil er thematisiert, und das ist schon ein kleiner Spoiler vielleicht. Es ist auch ein sehr kurzes Spiel, da muss man echt aufpassen, was man den, den Spieler selbst, äh, erfahren lässt. Also es ist sehr schwierig, über das Spiel zu reden, ist mir auch schon aufgefallen. Ne, das ist tatsächlich superschwer. Und ich meine, wir beide, du hast es hier mit Nils gespielt, ähm, ähm, kann man sich auch angucken. Ich hab's ja dann nochmal gespielt, ähm, einfach aus dem total naiven Gedanken, die Arte-Redaktion ist bei uns zu Besuch, spiel ich was Artifaziges. Ist ja auch nicht schlecht, äh, ich wollte sie auch, ja, ich wollte die Redakteure, die dafür am Start waren, aber die wollte nicht und her, oder was? Die wollte nicht, ne, leider nicht. Warum? Weil sie treu. Ja, nein, weil die haben eine andere Moderatorin, die für diese Doku unterwegs ist, und dann wird es wieder, dann müssen sie das erstmal abnehmen und lassen. Das echte Fernsehen, ne, wo sie noch eine Trennung haben zwischen Redaktion und Moderation. Es ist irgendeine Art von Kunstform, das ist ja dann immer die ganz große Diskussion, was ist Kunst überhaupt und bla, ähm, es ist auf jeden Fall mehr Parabel, als es, als es The Stanley Parable war für mich. Ja, stimmt. Also eine Parabel ist ja ein Gleichnis, so, weißt du? Hab ich aber auch gelesen, zum Beispiel, das ist nicht nur meine eigene Meinung. Ja, aber es ist gut ausgesagt, ja. Es ist tatsächlich mehr eine Parabel und passt tatsächlich auch, und das ist das Absurde, es ist irgendwie eine logische, also für mich logische Fortsetzung zu The Stanley Parable, das ist das Absurde daran. Während The Stanley Parable noch so ein bisschen lustig und quirky und so ein bisschen experimentell war, auch seltsam, ähm, setzt das nochmal so einen ganz tieferen Stich rein, aber Davy Reiden schafft es halt mit nur alleine diesen zwei Titeln, ähm, diese Ebene, diese Meta-Ebene aufzubrechen und dich als Spieler in dem Moment, wo du seine Spiele spielst, so hart an die Eier zu packen und immer wieder daran rumzuschrammeln tatsächlich. Das hat dir gefallen. Ja, hat mir ja gefallen. Ja, siehste, da weißt du doch, wie man mich spielt. Äh, das war krass, Alter, ey. Davy Reiden hat das, das ist für mich seine Handschrift in Videospielform. Ähm, und das hat er bei, für mich, bei Parable schon unglaublich gut gemacht. Er macht es jetzt bei The Beginners Guide besser, weil viel emotionaler. Und dieses Spiel ist aber so zeitaktuell, finde ich, also wirklich zeitaktuell, von wegen Kommunikation durch digitale Medien und sowas, ne, das ist, das ist das Thema. Das, so viel kann man schon sagen. Das lässt ja genug Freiraum, äh, für Leute, die es jetzt noch spielen wollen. Ey, aber, ey, boah, das fand ich so krass. Und dann hab ich irgendwie einfach mal geguckt, welche anderen YouTuber da draußen in der Welt, international, haben denn dieses Spiel auch gemacht. Und da war halt einfach ein Typ, und das will ich mir noch angucken, hab ich noch nicht gemacht, ne. Der ist halt so ein superschnellredender, ich weiß nicht, Australier. Hey, do you want to play, I want to play, and if you don't like me, or if you don't like the game, now I'm going to be in the game. Es ist auf jeden Fall, das kann ich sagen, es ist interessant, sich andere Leute anzugucken, wie sie The Beginners Guide spielen. Und, und live streamen oder let's playen. Das ist super interessant, weil, ähm, die, 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 weil das Spiel theoretisch halt dann dem Spieler an die Eier packt. Und du hast mir geschrieben, je länger man darüber dann nachliest und nachforscht, desto geiler wird's eigentlich. Bevor man Beginners Guide anfängt, ähm, so einen Blog-Eintrag des Entwicklers sich anlesen. Das ist sein Blog, das ist auch sein Blog. Ist auf seinem Blog, ja. Genau, galacticcafé.com. Wie bitte? Galactic-café.com. Ah, galacticcafé. Da, äh, ja, postet er sehr ungewöhnliche, äh, Blog-Einträge aus dem Leben eines Entwicklers und da geht's dann auch oft um ihn und seine emotionale, äh, Verfassung nach den Erfolgen von Stanley Parable. Das sind ja alles Neulinge, Jünglinge, sozusagen irgendwie Anfänger, die halt was können und plötzlich sind sie im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ähm, was heute natürlich durch Internet viel mehr ist als früher. Also, heute stehst du wirklich für, für, für eine Woche unter so einem heißen Spotlight, ja, und irgendwie jeder, äh, äh, transportiert seine, seine, seine Hoffnungen, Wünsche, Träume und Meinungen so auf dich drauf, ja. Ja, klar, und du kommst da ja gar nicht von weg. Ja, ich meine, auch wie, wie er schreibt über Stanley Parable, er hat, er hat Morddrohungen bekommen und absolute Hassbriefe, wo ich so denke, wie kaputt muss jemand sein, um auf, auf dieses Spiel als Reaktion, irgendwas Negatives zu schreiben, wie kaputt und krank im Kopf muss man eigentlich sein? Und man vergisst gerne als normaler Mensch, dass diese Leute, all die Kaputten und Kranken, die konzentrieren sich immer auf irgendwelche Leute, von denen sie was konsumieren und die kriegen dann den ganzen Shit ab und denken sich, hä, was seid ihr denn als für Leute so? Und dann ist auch egal, wie viele Leute gute Sachen schreiben oder, oder einem positive Gefühle geben, weil es sind immer noch diese komischen Leute dabei, wo du nicht genau weißt, was wollt ihr eigentlich von mir? Warum seid ihr sauer? Was hab ich euch getan? Und es ist, glaube ich, ein ziemliches Drama, wenn man das erlebt, zum ersten Mal, ohne Vorbereitung. Also, wir haben das über Giga zum Beispiel lange Zeit erlebt und bei Game One auch und jetzt auch uns kann das alles nicht mehr. Gott, wenn ihr mir einen abgetrennten Pferdekopf schickt, dann lege ich den zu den anderen. Ich habe alle meine Freunde genervt, alle. Ich habe jedem geschrieben, ey, du musst unbedingt Stanley Parable spielen, danach musst du dir diesen Blog-Eintrag durchlesen und danach musst du Beginners Guide spielen. Und bisher hat es keiner gemacht. Gut gemacht, das Thema nochmal zu enthypen. Wollte ich nur an der Stelle nochmal... Ja, aber du hast ja recht, das ist ja das Ding. In die Halbnäpfchen. Ich meine das wirklich ernst, also ich habe es mit deiner Freundin gespielt und da ist vielleicht dann, um es nochmal zu enthypen, sie war dann so, ja, okay. Zwischenmenschlich-befremdlich eventuell? Es war ein bisschen zwischenmensch-befremdlich, weil sie halt nicht ganz verstehen konnte, wo das Spiel bei mir andockt. Und sie hat Stanley Parable gespielt. Und dadurch dachte ich so, fuck, das ist gar nicht universal, universell, das berührt gar nicht jeden gleich, sondern es gibt halt schon so auch Unterschiede, wo das für jemanden halt nicht interessant ist und nur eine nette Abfolge von einzelnen Episoden sozusagen. So, jetzt zu was Kurzem. Wir haben ein Bild einer sehr wichtigen Umfrage. Endgültig wurde geklärt, ob invertiert oder nicht invertiert doof ist. Ja, das ist nichts, was von uns kommt, sondern von euch. Nein, es kommt von euch. Da haben wir den Vote. Bitte schön. Invertiert oder nicht invertiert? Top-Antwort. Wie kannst du nur invertiert spielen, du dumme Sau? Wie kannst du bloß invertiert spielen, du dumme Sau? 62 Votes. Zwei invertiert, ganz klar. Ja. Also 16 dumme Säue. Ja. Und zehn haben überhaupt keine Ahnung und haben einen Taschenrechner. Ja. Und erzählen immer davon, wie ihr Gameboy, dass ihr Gameboy, wenn man ihn rumdreht, nichts mehr schreiben kann. Ja, exakt. Nee, was war das? Was kann man mit dem Taschenrechner? Achso, warte mal, ja. Es gibt diese Wörter, die man tippen kann. Esel natürlich. Esel. Nee, Esel reicht schon. Okay. Guck mal, Esel. Oh Gott. Ich habe eine super App entdeckt. Esel-App oder was? Esel-App. Nee, und zwar, die heißt Math irgendwas. Und kannst einfach eine Matheaufgabe, kannst fotografieren, wird dir die gelöst. Das ist ein Witz. Das ist super geil. Echt? Beste App ever. Ich meine, ich kann keine Mathe, dadurch komme ich mit Mathe nicht sehr oft in Konflikt. Aber allein die Idee zu wissen, dass ich in Zukunft nur noch klack, klack, ist schon sehr interessant. Wie viele Matheaufgaben kannst du noch abfotografieren heutzutage? Also wann kommst du mit Matheaufgaben in Berührung? Ja, eigentlich nie. Aber es wäre fast ein Grund, heute nochmal Leistungskurs Mathe anzufangen. Nur damit ich dann die ganze Zeit, man sieht immer nur so ein großes Erdkunde-Buch und dann so meine Augen und die gehen dann immer runter und dann hört man so klack, klack. Und manchmal so ein Fotoknipsen. Entschuldigung, wir sind gerade am voll ablenken, aber schön, danke für die Umfrage. Ja, repräsentative Umfrage. Du weißt, wir hatten, also an dem Tag, an dem wir das hier aufzeichnen, das ist ja nicht live, ist der Tag. 21. Oktober 2015. Ja, gut. Habe ich heute Morgen, also an dem Mittwoch, der jetzt schon vergangen ist für euch, habe ich das im Moment thematisiert. Wahnsinn, oder? Dass wir das noch erleben können. Ich erwarte die ganze Zeit, dass Marty McFly oder Doc Brown irgendwie vorbeikommt. Ey, das Geilste wäre, und jetzt sind wir leider nicht bei GamePlus, sondern egal, aber stell dir mal vor, die hätten früher, bewusst, nach dem Trilogieende, sie hätten da, also wann wurde das aufgenommen, in den 90ern irgendwann, die hätten dann Teil 4 gemacht, mit dem Ziel ist, erst heute auszustrahlen. Oh, wäre das geil, Alter. Ja, das wäre richtig abgefahren. Alter, das wäre mein Fuck, Alter. Das wäre wirklich zurück in die Zukunft gewesen. Da hätten sie von vornherein High Concept gewiesen. Ja, auf jeden Fall, ey. Ach, aber es macht mich irgendwie traurig, da weiter drauf rumzudenken. Ich kann nur jedem empfehlen, wer ein bisschen nostalgisch ist, auch dir, es sind jetzt nicht die Besten von Telltale, aber diese zurück in die Zukunft Episoden sind gar nicht so schlecht. Weil der Sprecher von Marty McFly, der Marty imitiert, ist super. Also der spricht einen 1A Michael J. Fox mit allem, mit Betonung, mit allem. Und wer noch mehr von Christopher Lloyd haben will, dem empfehle ich Toonstruck. Das hast du noch nicht gespielt, oder? Doch, super Spiel. Christopher Lloyd in einer sehr abartigen, erwachsenen Thunwelt, also so ein bisschen wie Roger Rabbit nur halt als Spiel, kann ich sehr empfehlen. Ist richtig gut. Und Christopher Lloyd ist eh einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler. Auf jeden Fall, ey. Wie sind wir auf Zurück in die Zukunft gekommen? Weil es gibt ein GTA 5 Video. Und das gucken wir uns jetzt an. Ich weiß selbst nicht was. Ich nehme an, es gibt da den DeLorean, ne? Ja, wahrscheinlich. Okay, komm, send mal nach oben. Ah, diese Geräusche. Das ist ja geil. Super. Geil, Alter. Fett. Watch your head. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Whoa, this is heavy. Watch this, watch this. Oh, jetzt hätte ich das Ende doch gerne noch gesehen. Geil, ey. Ah, toll, ey. Da sieht man aber wieder, wie mächtig GTA 5 ist und wie mächtig der Editor ist. Ich bin immer wieder überrascht, was man daraus machen kann. Ich finde es komisch, dass man so viel darin manipulieren kann, aber scheinbar nicht die Gesichter, oder? Oder war das jetzt hier vielleicht ein Zufall, dass sie das Gesicht... Ich glaube, das hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, man kann Gesichter aus Presets... Ja, ich glaube, sie wollten schon die echten GTA-Charaktere... Also, so zählt sich mal, du kannst ein paar Presets auswählen, das weiß ich. Aber das werden sie wahrscheinlich auch noch irgendwann öffnen. GTA 5 ist ja sehr offen für alle. Aua! Wie sie es wirklich geschafft haben, GTA über Jahre relevant zu halten. Also jetzt auch den Fünfer durch einfach erst die Konsole-Version, die PC-Version mit dem Ego-Modus und der verbesserten Grafik. Dann die Modding-Fähigkeiten. Es ist immer noch da, ja. Also es ist Wahnsinn. Rockstar ist einfach ein fucking Rockstar. Nintendo Next oder NX. Da gibt es ja schon Gerüchte seit Ewigkeiten, ja. Moment, höre ich da was? Was? Ah, es ging nicht um uns. Nicht so laut, wir produzieren! Ach, das interessiert die nicht. Ja, da gibt es schon seit einer Weile Gerüchte diverser Art. Also ich habe gehört... Also bevor ich das jetzt hier vorlese, was wir gehört haben, habe ich schon gehört, dass irgendwie Handheld und Virtual Reality sein. Also irgendwie so, das passt ja schon mal nicht so ganz. Es sei denn, man hat wirklich nur einen Controller mit einem Kabel an einer Brille und es ist dann alles in diesen zwei Geräten drin, oder? Naja, aber jetzt gibt es halt neue Gerüchte und die kommen vom Wall Street Journal. Komm, wir wechseln uns mal ab. Ja, alles klar. Ich fange an mit dem ersten. Nintendo, habe ich ja schon gesagt eigentlich, Nintendo wird Hybrid aus Handheld und Konsole. Also es soll sich dabei konkret um klassische Konsolen-Hardware handeln, die aber, und das geht so ein bisschen in eine coole Richtung vielleicht, eine abtrennbare Einheit bietet. Könnte man jetzt sagen, bietet die Wii U auch. Ja. Mit dem Controller, der ja gleichzeitig ein Display hat und Touchscreen. Na gut, ich hoffe, dass es nicht in die Richtung geht. Aber es wird eine abtrennbare Einheit geben, mit der kann man dann weiter spielen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob, bei Nintendo weiß ich nie. Vielleicht ist es eine super Idee, die sie geil nutzen. Vielleicht aber ist es auch nur so ein weiteres, so ein Randkommentar-Feature, wo man sagt, okay, ich kann es benutzen, ist auch nicht schlecht, aber es verändert die Welt nicht. Vielleicht sorgt es eher dafür, dass die Spiele auch auf dem Handheld laufen müssen und dadurch technisch wieder sehr niedrig angesetzt werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was auch feststeht, ist, dass der Takashi Moshizuki, der neue Chefe sozusagen, Moshizuki. Vom Wall Street Journal hat auf jeden Fall gesagt, mehrere Leute, die sagten, dass sie die NX-Demo gesehen haben, sagten, Alter, das steht hier, dass das, was sie sahen, unmöglich auf einem Computer ohne industrieführende und extreme High-End-Hardware laufen könnte. Ja, ich erinnere mich auch noch an Nintendos Project Reality. Sie zeigen immer, 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 die irgendwelche Bilder, wo irgendwas gerendert ist, meistens ein Donkey Kong oder ein Mario in irgendeinem Unreal Engine Welt und sagen, das ist echt, dieses Spiel wird so aussehen. So jetzt nicht, so ist es vielleicht eher ein Text-Adventure. Dieses Text-Adventure wird so aussehen. Und am Ende sieht es dann so aus. Das ist nämlich die Wahrheit. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ich warte ab. Ich zitiere noch, ja. Entschuldigung, bei sowas neige ich immer direkt zum Reingrätschen. Ja, aber warte mal. Die sagen das immer, immer, dieser Hype von firmeninternen Leuten. Natürlich finden die es geil. Das ist kein Hype. Jetzt kommt nämlich, jetzt kommt die Bestätigung. Crunchy von Nintendo-Forums kann dies nämlich bestätigen, Simon Kretschmann. Vom Nintendo-Forum. Warte, er habe mit einem der Entwickler gesprochen, die bereits ein Development-Kit erhalten haben. Und es heißt, die Hardware sei unglaublich leistungsfähig und schlage sowohl die PS4 als auch die Xbox One. Um Längen. Also erst mal. Nicht nur, sie schlägt es nicht, sondern um Längen. Ja. Also, wenn das nicht Beweis genug ist. Nintendo NX, PS4 und Xbox One haben sie einen Marathonlauf und Next ist schon fertig. Next ist schon längst fertig. Die anderen müssen noch über die Hälfte der Runden rennen. Next sitzt daneben, wirft Peanuts auf die Strecke und lacht höhmlich. Und spielt mit seinen Controllern die ganze Zeit. Und nimmt sein Handhand, steckt es raus, steckt es rein, steckt es raus, steckt es rein, steckt es raus, steckt es rein. Die ganze Zeit. Was ist das? Aus reiner Gästlichkeit. Aus reiner Gästlichkeit. Ah, guck mal, was kann. Haha, wireless, wireless. Ja, wir lachen, aber irgendwas muss es ja bedeuten, dass die hier so auf den Putz hauen. Normalerweise haben sie nämlich eher die technisch schlechtere Konsole und haben sich auch immer auf diese Richtung besonnen. Haben auch immer gesagt, wir wollen gar nicht die Krasseste haben. Ja, eben. Also das ist ja irgendwie schon so ein Paradigmenwechsel jetzt, oder? Was Nintendo immer konnte, was Nintendo immer konnte, war halt eher die Basis zu beliefern und eben nicht bei diesem, sagen wir, Leistungsantrieb der Grundindustrie mitzumachen. Sie wollten nicht der Motor der Grafikindustrie sozusagen sein. Genau, sie wollten nicht immer Nummer eins sein, sondern die haben halt eigentlich all das, was sie angefasst haben, Entschuldigung, was jetzt auch inzwischen bei der Wii U dann schlussendlich greift, sind halt einfach, ihr Geschäftsmodell ist ein anderes, so einfach ist es. Die sind halt eine Marke und sie bewegen sich in ihrem Kosmos. Angeblich soll es, das habe ich auch gelesen, das haben wir hier noch nicht aufgeschrieben, wollen sie dieses Mal mit der NX tatsächlich mehr auf Third-Partys gehen, also auf Third-Party-Entwickler. Ich bezweifle es sehr stark. Es ist immer die Sollbruchstelle bei Nintendo, dass sie es nie schaffen, genug Entwickler auf ihre Seite zu ziehen. Ich bin sehr gespannt, es gab ja, ich habe den Namen leider der Firma vergessen, aber es gab ja eine der letzten Aktionen noch von dem alten Präsidenten Nintendos, war ja den Deal für Mobile. Also Nintendo-lizenzierte Mobile-Titel zu machen. Also Mario zum Beispiel dann? Zum Beispiel, dann für Tablets und so. Gab es das denn? Nein, das gab es nie, deswegen. Es wurde nie, es wurde immer abgesägt, oder? Nee, das hat jeder erwartet, dass es irgendwann kommt oder dass Nintendo einfach eigene fucking Smartphones produziert, das ist der Gag in der Industrie gewesen. Oh Gott, it's the mini phony. Ja, oh Gott, aber so wäre halt, das wäre Nintendo halt. Serie nur halt mit, wie heißt der Sprecher nochmal? Der Mario. Charles Martinet. Charles Martinet. What can I do for you? Charles Martinet als Serie, das ist ja zu genial, das muss man ja eigentlich... In 200m turn left you, woohoo! Oh Gott. Hey, super, der Martinet, ja, genau. Everybody cheating but me! Es ist gut, aber sie haben wie immer halt keinen richtigen Third-Party-Publisher, sie haben so die erste Line of Defense mit ein paar Titeln, die sie irgendwie sich so aus den Rippen geschneidert haben, haben sie was und dann kommt nix mehr. Das ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit Sony PS Vita. Geile Hardware, hat er irgendein Spiel gesehen für das Ding? Ich nicht. Ich hab seit Ewigkeiten kein Spiel für die Vita und ich liebe die Vita, ich hab die Spiele sogar dafür, aber... Das Einzige, was ich darauf spiele, sind alte Spiele, so einfach, Punkt. Ich spiele immer noch Uncharted. Oh, das ist eine gute Idee. Und auch kurz, weil ich da bin, Hardcore-Kritik, dadurch, dass ich jetzt wieder mehr gespielt habe, ich hab hier Mittelsehenschein-Entzündung, glaube ich, ich krieg, du kannst es mit etwas größeren Händen, kannst du das nicht halten. Ich hab sogar so ein Böbel dazu bestellt, für 5 Euro auf dem Netz. Der Böbel. Ja, damit es für größere Hände einfach besser geht, weil ich jetzt im Urlaub war eine Woche in Dänemark und da wollte ich halt nachts Don't Starve-Schmeider spielen. Ich hab eine fucking Mittelsehenschein-Entzündung, also egal. Du hast doch interessant, so schön zu reden, dass du wieder gute alte Gamer-Verletzungen riskierst. Ja, so ist das. Für diesen Job. Ein harter Job. Endlich mal. Muss auch wieder, endlich wieder. Don't Starve hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Habe ich mir immer vorgenommen hier. Aber jetzt gucke ich hier rein. Ihr denkt, die haben einfach nur kostenlose Spiele den ganzen Tag rumhängen. Nein. Und dann dünnes Faseln darüber. In Wirklichkeit, die Gefahren, über die redet keiner. Sehenschein-Entzündung, Netzhaut-Ablösung. Zwischenmenschliche Befremdlichkeiten. Zwischenmenschliche Befremdlichkeiten. Viel zu wenig Schlaf. Hate-Kommentare. Hater. Ja. Ich finde, Hater ist wichtig genug für 2 Punkte. Und 6, Hater. Und 7, alle sagen immer, man mag Nintendo nicht. Dabei mag man sie doch. Mag man sie doch. Aber hat auch eben Kritik. Ja. Zum Beispiel, hier sind wir jetzt bei Kritik wieder. Die letzte Info zu Nintendo NX. Ja. Ich habe ja eingangs noch gehofft, weil ich nicht so weit runter gelesen hatte, dass es eine Virtual Reality-Anbindung geben wird. Nein. Höchstwahrscheinlich nicht. Wahrscheinlichkeit ist bei, ungefähr bei dem Prozentsatz, wie das diese Sonne, die wir entdeckt haben mit diesen 20% Sonnenkollektoren, dass das Aliens sind. Ungefähr dieselbe Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es kann noch passieren. Alle würden sich freuen. Theoretisch. Es wird total geil, aber eigentlich. Wir müssen 1500 Lichtjahre voraus reisen, um zu gucken, wie viel Prozent da sind. Also es wird wahrscheinlich keine Virtual Reality-Konsole. Nintendo sagt das mit der Begründung, dass ihre Konsolen dazu gedacht sind, im Wohnzimmer der ganzen Familie Freude zu machen. Finde ich auch okay als Philosophie. Hat sie auch lange begleitet, schon über die Konsolen-Ära hinaus, noch lange vorher. Deswegen kann man da nichts gegen sagen, aber ich finde Virtual Reality oder zumindest so Hologrammen oder irgendeine Form von Hightech, das wird in Zukunft einfach auch im Wohnzimmer stattfinden. Ich habe einen Artikel gelesen, da geht es um ein Patent. Und zwar hat es tatsächlich etwas mit Holographie zu tun. Nintendo hat ein Patent beantragt und zwar hat es etwas mit einer Glasfläche zu tun, die bespielt werden kann. Ob das vielleicht etwas ist. Da ist eher nur die große Frage irgendwie, also nur theoretisch, jetzt vollkommen fiktiv, keine weitere Information. Die neue NX-Konsole ist einfach nur so ein länglicher Kasten mit in der Fall eine Glasscheibe drauf. Kein Fernseher, kein nix. Das stellt es dir da hin. Und dann hast du noch andere Devices, die du nutzen kannst und drückst halt einen Knopf und dann kommt tatsächlich da drin echte Holographie, wenn du so möchtest, und spielst da drin dann ein neues Holo-Mario. Und wenn das Ding aus ist, kannst du halt so einen Screensaver anmachen und dann hast halt einfach ein Aquarium, Holo-3D mit Mario-Fischen. Das ist genauso realistisch wie alle anderen Ideen. Exakt, ja, aber wer weiß, ey. Also damit würden sie mich kriegen wahrscheinlich. Gut, genug. Sollen wir noch ein Video? Willst du es machen, Budi? Ja. Das ist ein Thema, da kann ich nicht viel zu sagen. Das hat was für ein Virtual Reality zu tun. Ah, ja, genau. Und wie unrealistisch Sachen aus der echten Welt manchmal auch in der virtuellen Welt sein können. Es gibt nämlich folgendes Video, folgende Begebenheit aus den USA. Es gibt ein Ding, das heißt The Void. The Void mixt Virtual Reality mit so einer Art Lasertag. Also man läuft in einem Raum rum. Die Hindernisse sind aber echt. Man sieht sie aber virtuell. Da sieht man es. Und da bin ich sehr gespannt. The Void selber ist das aktuell am weitesten fortgeschrittenste Experiment sozusagen in die Richtung. Ich habe auch Bock drauf. Aber ich finde es auch krass. Also die Qualität ist gut. Und in diesem Video sieht man auch tatsächlich mehr von der Qualität, wie The Void derzeit... Michelle, I love you. And ever since I've met you, my life has become infinitely better. Es ist so unglaublich nerdig. Oh, es ist superschön. Ja, das ist schön. Ich finde es noch... Nerdig. Ich meine, sie hatten offensichtlich keinen zweiten Charakter übrig. Deswegen nur so ein Wireframe. Halb unsichtbar Ding. Kann mir keiner erzählen, dass das nicht geskriptet war. Also das Video selber. Hast du die Animation gesehen von dieser Hülle? Ja gut, sie haben sie schnell noch programmiert, glaube ich. Einfach dieses... Ach nee, die Animation von der Hülle. Ich dachte eher so dieses Hinknien. Ja, das meinte ich ja. Das meinte ich ja. Also dieses Hinknien. Ja, okay. Ja, stimmt. Du meinst, das war gar nicht... Es war nicht echt. Sondern es war einfach... Wir tun so, als wärst du jetzt im Spiel. Die Idee kann ja echt sein. Also der Moment selber der Aufnahme kann ja echt sein. Die haben denen einfach nur erzählt. Wir machen ein richtig cooles Video draus. Und vielleicht haben die ja sogar selber da drin gespielt. Aber ich glaube nämlich, weil man kann es immer noch nicht genau captchern, dieses Virtual Reality Ding. Glaube ich jetzt einfach mal. Das heißt, es war gar nicht ihr echter Gang, die die gemacht hat. Sondern die haben das inszeniert. Für dieses Video, was wir gerade gesehen haben, das macht die Ehe obsolet. Morgen bei. Budi mit dem Aluhut. Verschwörungen. Kaffee. Eben war er noch voll. What happened? Kann das sein? Aliens. Und vieles mehr. Du weißt das, wenn wir die Aluhut-Show machen wollten. Das weißt du noch, oder? Ja, ich habe immer noch das Konzept für die Aluhut-Show. Wirklich. Stell dir einfach vor, zwei Verrückte. Rechts und links. Ja, und wir haben so ganz viele Zettel, wo Sachen draufstehen, die jeder halt so Verschwörungen und so. Und dann haben wir so Bindfäden und können einfach elends lange Sachen verbinden und sagen, Seh wir? Seh wir? Es ist so gut. Habe ich lustigerweise auch heute Morgen im Moin Moin geredet und habe gesagt, das werden wir nie tun, weil es zu gefährlich ist. Aber ey, lass uns das doch mal machen. Können sich in den Fäden verfallen. Das Problem ist, das Problem ist, wir beide können nicht so gucken, wie es Brad Pitt kann in Fight Club. Der hat irgendwann diesen manischen Blick, wo er seine Augen in unterschiedliche Richtungen gucken kann. So müssen wir gucken. Erst dann ist der Aluhut perfekt. Ist der Aluhut richtig. Ja, oder auch 12 Monkeys. Da guckt man natürlich auch. Ja, super, klar. Er kann einen irren sehr gut spielen. Finde ich gut. Mit der Frau und vier Kindern oder fünf, das werden täglich mehr. Der wacht auf, schon wieder ein neues Kind. Ist das überhaupt noch so? Nee, ne? Die haben gar nicht mehr so viele Kinder mehr. Ich weiß es nicht. Die geben die jetzt wieder zurück, glaube ich. Meinst du? Die haben so ein Rückgaberecht, so ein sechs Jahre Rückgaberecht. Das erklärt einiges. Nein, das ist sehr cool und wir alle lieben Engineer Jolie. Exakt. Und Brad Pitt. Wir sind nur neidisch auf Jahre abgefahrenen Leben. So ist das. Die wir auch gerne hätten. Ja, das sind nämlich perfekte Menschen. Ja, das nicht, aber die sind schon näher dran als wir. Die haben das Geld, um perfekt zu sein. Die müssen perfekt sein. Schlimm ist, die haben es ja auch sogar verdient, weißt du? So, aber jetzt weg zu Brad Angelina und wieder hin zu Videospielen. Ja, aber ich könnte vielleicht, wenn ich Engineer Jolie in The Void einen Heiratsantrag mache, vielleicht kann ich sie damit erobern. Ganz einfach. Mit einem Skin von Brad Pitt. Ah! Yes! Genial, Mann. Super. Patent drauf. Erzähl es ihr nicht. Schreibt ihr bitte keine E-Mail. Das Gute ist, wir können einfach das Trailer-Material nehmen, was wir gerade gesehen haben. Wir können es einfach selber umschneiden. Das ist eigentlich genial. Weißt du, alle sagen jetzt, ah, das ist zu blöd, um es auszuprobieren, aber wenn man es macht und dann bin ich plötzlich mit Engineer Jolie zusammen, dann guckt ihr aber alle doof. Den Link habe ich dir nicht geschickt. Vollkommen außerplanmäßig jetzt. In Nürnberg gibt es eine Uni. Entschuldigung. Die haben es geschafft, Voice-Acting eins zu eins in Echtzeit zu transferieren. Das heißt, wir beide sind hier, du hältst, du machst nichts, du bewegst einfach dein Gesicht nicht. Das schaffe ich. Aber mein Gesicht wird getrackt in der Kamera und die haben ein Programm geschrieben, dass meine Gesichtszüge und meine Mundbewegung automatisch auf dein Gesicht mit deinen Lippen transferiert wird. Ohne, dass du was machst. Und ich ärgere mich, wie heiß es nochmal. Die Frauen haben gerade einen Hüpfer gemacht innerlich. Das ist krass. Und wenn man sich diese Demo anguckt, werden wir nochmal thematisieren. Vielleicht nächste Woche, das schauen wir mal. Aber das ist krass. Weil das würde, das ist super krass. Ich weiß noch, dass ich übrigens auf unser Geld bei Steam mir diesen Webcam, ich weiß nicht, wie es heißt, so ein Webcam-Tool gekauft habe. Da kannst du, du nimmst dich auf und dann bist du ein Hamburger. ein Hamburger oder ein Döner oder was auch immer. Und der redet dann. Und die nehmen natürlich deine Lippenbewegung und packen das dann auf den Döner drauf. Und dann dachte ich, das wäre doch geil, wenn wir ein Bonjour sowas hätten wie Donald Döner. Und der dann halt, der dann immer so reinkommt und sagt, hey, das fand ich aber nicht geil, ihr Rassisten. Und das sind eigentlich wir, aber die Leute da draußen wissen es gar nicht. Ja, die wissen es nicht. Ja, die Zuschauer wissen es gar nicht. Und das ist die zu, so halt virtuelle Charaktere quasi eins zu eins mit Leben füllen. Finde ich super. Hab ich gekauft, nie benutzt bis heute. Aber machen wir mal. Genau diese Technologie ist das nur halt ein Ausgefalter, weil du halt dann von Mensch zu Mensch ey, stell dir das mal vor, wenn man von Ausgefalter Technologie anfängt und irgendwas cooles für eine Show machen will, dann landet man oft bei sowas. Ja. Und das hält dann eine Woche, ne? Ne, war Robi? Ach, dir haben sie dein Sprachzentrum schon längst mit so einem spitzen Stift haben sie es dir zerkratzt. Ja, eines Tages, Alter. Pro Board. Ja. Ne? Kann man alles mit ihm machen. Guck mal. Kann gar nichts mehr machen. Da, so. Naja. Irgendwann beleben wir ihn wieder als mutuellen Formatörer. Er ist doch da. Oh, er hat sogar... Er macht gerade einfach nur Pause. Ah, jetzt will ich. Siehst du, er leuchtet noch. Hilft mir. Ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten. Er hat sogar nur... Ach, beide Augen leuchten. Ja, das ist schon abgefahren. Immerhin. Roboort. Ach ja, wie kommen wir da drauf? Entschuldigung, ich habe abgelenkt. Von Huxins ins Instructions. Ja, wir haben zu viel geredet. Ich weiß, das meiste kam wahrscheinlich von mir. Tut mir leid. Nö. Wir müssen jetzt Pause machen. Na gut. Und danach kommen wir wieder mit der Trailer-Mania. Und das sind fette Trailer heute. Richtig interessante Sachen. Budi ist auch dabei. Ich bin dabei. Danach gibt es noch schlechteste Spiele-Synchros. Das wird richtig großer Spaß. Einleitend auf... Auf Mords bleibt treu. Ja, knaller, ey. Große Sendung heute. Bleibt dran.